Hallo, mein Name ist Esther Abel. Ich arbeite hier in der Gedenkstätte Hadamar als wissenschaftliche Dokumentarin. Ich habe hier vor etwa fünf Jahren angefangen, mich reinzufuchsen zunächst, indem ich Führungen gemacht habe und dann bin ich eben nach und nach über mein wissenschaftliches Steckenpferd, die Täterforschung, zur Dokumentation gekommen. Ich habe dann hier eine Dokumentation selbst aufgebaut und Dokumentation bedeutet, ich sage immer ganz gern das Inhaltsverzeichnis der Gedenkstätte, das heißt alles, was an Forschungen, an Dokumenten, an Dingen von außen, Objekten und anderen Forschungsdokumenten von außen ans herangetragen wurde, das muss ja irgendwie auch auffindbar sein und dokumentiert sein und auch schlüssig sein, wann und von wem das den Weg in dieses Haus gefunden hat und dafür bin ich zuständig. Und innerhalb dieses Sammlungsmanagements gibt es eine ganz großartige Besonderheit. Die Gedenkstätte Hadamar hat nämlich vor drei Jahren einen Nachlass geerbt. Ernst Lee war einer der bedeutendsten investitiven Journalisten, die sich mit NS-Verbrechen auseinandergesetzt haben. Er war einer der Ersten, der eben über die Verbrechen des nationalsozialistischen Krankenmordes geschrieben und geforscht hat. Er ist von dort dann weitergekommen zu seinen Forschungen über Konzentrationslager, über weitere NS-Verfolgungen. Und das Spannende an ihm ist, dass er völlig anders angefangen hat. Vielleicht zunächst mal ein paar Worte zu ihm selbst. Der ist Jahrgang 1942. Er war zunächst von seiner Ausbildung her Heizungsinstallateur und hat dann später auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Und dann zunächst Theologie studiert und Soziologie in Mainz und in Marburg. Er hat es aber abgebrochen und ist dann eben über eine Journalistenlaufbahn sozusagen zu seinen Themen gekommen. Er hatte sich ganz früh für verschiedene gesellschaftliche Randgruppen eingesetzt. Er hat Bücher geschrieben, ließ zum Beispiel Knastreportage. Er hat mit einem damals sehr prominenten Vertreter von Behindertenmenschen mit Gusti Steiner einen Behindertenkalender herausgegeben. Jedenfalls kam er über die Frage von Behinderung und später auch zu Forschungen von Missständen in Psychiatrien zur Frage des nationalsozialistischen Krankenmordes. Und hat dazu dann eben ein bahnbrechendes Buch geschrieben. Und zwar Euthanasie im NS-Staat. Die Vernichtung Lebensunwerten Lebens. Also Klee hat sich dann aufgrund seiner starken Beziehung zu Hadamar sozusagen dafür entschieden, seinen Nachlass hier nach seinem Tod in die Gedenkstätte zu geben. Er ist 2013 verstorben. Und der Nachlass kam dann ja vor drei Jahren in einer feierlichen Übergabe dann auch hierher. Und weil ich mit diesem Nachlass, ich darf nämlich diesen Nachlass wissenschaftlich erschließen, das ist eine ganz große Freude. Und weil ich mit diesem Nachlass so gerne arbeite, habe ich mich jetzt für diesen Film dafür entschieden, euch Ihnen das Hängeregister zu zeigen. Also der Nachlass besteht aus der Forschungsbibliothek von Klee, in der wir gerade stehen, aus etwa 140 Ordnern, wo er eben alle möglichen Dinge überwiegend zur Täterforschung zusammengestellt hat. Er hat ja ganz, ganz massiv zu, besonders zu ärztlichem Personal geforscht. Und dann eben diese Hängeregister, das werden wir uns gleich ansehen. Nein, das ist einfach ein Metallschrank mit sechs Schubladen und in diesen Schubladen, in den Hängeregistern, ist quasi noch das Rohmaterial von seinen Forschungen. Da sind noch handschriftliche Notizen, da sind Features für Sendungen, da sind persönliche Dinge. Da sind auch sehr viele Fotos, auch von der heutigen Gedenkstätte in Auschwitz, von dem Archiv dort in Auschwitz. Da kann man auch gut sehen, wie unglaublich gründlich er recherchiert hat, dass er sich auch immer darum kümmert, dass die Negative dabei waren, dass er, wenn er Personenfotos hatte von SS-Personal zum Beispiel, dass er ganz akribisch auch aufgeführt hat, wer da zu sehen ist. Ja, und deswegen finde ich die Hängeregister innerhalb des Klee-Nachlasses eigentlich am spannendsten. Man hat im Hängeregister die größten Chancen, die ganz persönlichen Aufzeichnungen und Meinungen von ihm. Zu sehen, während in den Ordnern zum Beispiel einfach nur die Kopien sind. Da kannst du natürlich seine Prioritäten auch gut erkennen, in welchem Archiv er angefragt hat oder welche Briefe er oder welche Aufsatzkopien er wichtig fand, für das und das und das Thema auch zu heben. Aber im Hängeregister sind dann viele Zuschriften zum Beispiel von Lesern, seine Antworten darauf, seine Skizzen, seine Pläne für Radiosendungen und Fernsehsendungen. Die Fotosammlung an sich, die auch hier in die Fotosammlung der Gedenkstätte übergegangen ist, sowie die persönlichen Sachen von ihm. Es melden sich schon seit der Nachlass hier im Haus ist, es melden sich regelmäßig Forscherinnen und Forscher und können selbst auch suchen. Wenn der Nachlass dann mal fertig erschlossen sein wird, ist das deswegen viel einfacher, weil die Leute dann eben entsprechende Schlagwortregister haben. Aber auch jetzt, wo leider nur ein Bruchteil bisher verzeichnet werden konnte, können sie einfach dann an die Ordner und auch an die Hängeregister gehen und aufgrund der Selbstbezeichnungen von Klee sozusagen raten, hinter was sich was verwirkt. Man muss insgesamt ein bisschen wie ein Journalist denken und gar nicht wie ein Historiker. Das heißt, es geht weniger um ganz, ganz breite Informationen und um eine ganz, ganz präzise Nachverfolgung von Provinienz, sondern es geht um schnell. Es geht darum, dass einfach sehr schnell sehr viele Informationen haben musste und das spürt man auch. Das heißt, es geht darum, dass es einfach sehr viele Informationen gibt,